Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. So, wir haben auch wieder ein kleines bisschen Hunger. Und auch ein bisschen Durst. Tinken wir eben nochmal einen Schluck. Bevor es gleich weiter geht. Diese Höhle. Ich frag mich aber auf, wo wir genau sind oder wo wir jetzt hier entlang laufen. Das hört sich aber an, als wäre da ein großer Monster eines dieser Mutanten. Okay. Da scheint noch keiner zu sein. Aber wir haben hier wieder Stoff. Das ist wieder gut, dass wir hier wieder Stoff haben. Die Lage, die ich mir stelle ist. Wo genau sind wir jetzt in der Höhle? Also nicht direkt so wo genau, sondern... Ähm... Was kommt hier auf uns zu? Da vorne geht's irgendwie weiter? Was wird das denn jetzt? Oh... Oh... Das sind jede Menge Herzen. Oh, wir haben neue Klamotten. Nochmal ein paar Leuchtfackeln. Hallo. Irgendwie... Gefällt's mich hier nicht ganz. die alkohol haben wir auch jetzt genug okay scheint interessant zu sein, wo es da jetzt hingeht. Ich glaube wir werden hier jetzt auf nicht attackiert. Wo sind wir? Gefällt mir gerade gar nicht. Aber ich höre hier jetzt auch gerade niemanden. Wie tief geht es denn hier runter? Warte mal, den mit dem ausrüsten und anzünden. Ich habe mich jetzt von meiner eigenen Flamme erschrocken. Äh, das war jetzt nicht so geplant. Okay. Wir haben eine Tauerausrüstung. Eine Tauerausrüstung. Wie haben wir die jetzt mal? Wir haben sie. Ich hoffe, es kommen jetzt hier keine Wassermutanten oder so. Gibt es hier noch irgendwo irgendwas? Ja, ein paar Babys gibt es hier. Und mir ist nass und ich bin kalt, okay. Aber die Babys, die können wir, so scheiße es klingt. Hey. Nochmal eine Flasche. Noch mehr. Nice. Hallo? Okay, wo sind wir jetzt? Wir müssen uns eben ganz kurz hier aufwärmen. So, jetzt können wir mal gucken, wo sind wir genau? Oh, hier gibt es noch Riegel. Nice. Hier haben wir 10, hier haben wir 10. Nice. Können wir uns ausnahmsweise, oder ne, wir haben hier ja Fire gemacht. Also können wir Rischchen legen, da können wir das Fleisch essen. Wozu haben wir das Fleisch und das Feuer jetzt gemacht, wenn wir es nicht auch nutzen können? Dann warten wir halt eben. Ey, aber hammergeil, dass wir jetzt endlich unsere Tauchausrüstung haben. Na okay, es war von vornherein klar, wenn man die Höhlen auch vernünftig erkundet, dann findet man das auch irgendwann. Boah, ich fand das aber jetzt so geil, dass wir das endlich haben. Okay, im Wasser oder unter Wasser können wir die Map nicht aufwärmen. Trennen, da geht irgendwo fest. So. um wird gefällt mir gerade gar nicht wo sind wir hier feuer mit uns aufwärmen jetzt müssen wir uns erstmal aufwärmen hier nochmal hier gibt steine kann hier steine hinlegen das hier aufmachen will ich jetzt eher ungern noch eine leuchtwackel praktisch weil ich glaube das ist eher was fürs late game für später und dafür sind wir noch nicht bereit wir haben doch irgendwo hier irgendwas gefunden gehabt notizen irgendwo oder nicht das war es nicht oder wir hatten doch dazu was meine irgendwie mich daran erinnern zu können dass wir dazu was gesehen hatten aber wir gehen wir gehen ausnahmsweise mal noch zurück wir markieren uns das mal dass wir das hier gefunden haben wo waren die signal dingens markierung hier markieren wir uns auch in blau da sind nicht noch ein paar steinchen aber wir behalten das hier markiert kommen wir später wieder ja da kalt und nas und dann machen wir hier einen kleinen zwischenstopp noch mal uns aufwärmen ich finde schön dass er vorher noch brennt und dann legen wir nochmal fleisch drauf und wir gönnen uns noch mal einen schluck wir sind wieder satt haben noch einen stock bekommen hier gibt es noch mehr schädel und dann müssen wir jetzt leider wieder zurück und kommen hier später wieder hier kommen wir nicht irgendwie mal kurz hoch raus wir müssen schon hier durch und dann sind wir wieder hier Weißt du was, wir wärmen uns so auf. Oh, oh, oh. Haben wir ein Kreuz gefunden? Was haben wir hier? Ah, das ist wieder der Ausgang, okay. Aber gab es nicht nach da hinten irgendwo noch einen Weg? Ach ne, das war... Genau, hier mussten wir wieder hoch. Stimmt, da war er aber... ...kirchen wir mal wieder hoch. ich sehe wieder nix habe ich auch nach oben geguckt ich glaube damit was mehr sind dann so brändewaffe haben wir schon aber ich hätte gern dass es ihnen länger brennt welche richtung müssen wir gehen ich glaube diesen weg dann ist das ja auch wieder stecker kommen was von wieder ich glaube den haben wir schon ich schalte es einen weg zu geben oder oder täusche ich mich das ist der von wo wir vorhin kam egal dann wie es weitergeht erfahren wir eine halte in der nächsten folge vielen dank dass sie wieder mit dabei war ich bin es max deus und ein Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020